Fans von Dani Büchner sind neugierig auf ihr Liebesleben. In letzter Zeit häufen sich Fragen zu ihrem Beziehungsstatus. Besonders interessiert sie, ob etwas mit Komiker Nelson Mendes läuft. In ihrer Instagram-Story reagiert Dani nun auf diese Spekulationen. Ist man sofort zusammen, nur weil man Händchen hält? fragt sie ironisch. Sie und Nelson seien lediglich gute Freunde, stellt sie klar. Ich bin aktuell Single und das ist gut so, betont Dani. Obwohl sie viel mit ihrer Community teilt, behält sie manches privat. Ich habe ein Privatleben, das manchmal bescheuert läuft, wie bei jedem anderen auch, erklärt sie offen. Für die Liebe ist sie grundsätzlich offen, aber momentan fehlt ihr der Kopf dafür. Bei diesem Thema renne ich momentan schreiend weg, gesteht die 46-Jährige. Im Jahr 2015 fand Dani in Jens Büchner die große Liebe. Doch bereits 2018 musste sie von ihm Abschied nehmen. Er verstarb an Lungenkrebs. An der Seite des Goodbye-Deutschland-Stars wurde Dani bekannt. Viele sehen sie noch immer als die Witwe von Jens Büchner. Das beschäftigt sie. Dennoch arbeitet Dani hart an ihrem eigenen Weg. Ich sorge dafür, dass es meiner Familie gut geht, sagte sie Ende Oktober zu RTL. Wenn man mich verfolgt, sieht man, ich arbeite und versuche das Beste rauszuholen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017